Wenn man ins Spiel reingeht, dann steigt er da gerade wieder ins Auto ein. Den Schriftzug sieht man überhaupt nicht. Komm, komm, es werden zuviel am B, lass mich hier anfangen. Motor starten, scheiß BMW, fahr weiter. Mal kurz, ähm, falsche Seite. Einstellen hier, wo ich hin muss. Na ja, da hab ich schon einen Flügel drauf. Also links oder rechts abbiegen, je nachdem, wie ich Richtung man fährt. So, wir sehen hier alles Häuser, ne? Alles easy, geil, schön. So, hier biegen ab. Ah, auf einmal alles weg. So, ich kann trotzdem noch crashen. Aber wir haben nichts mehr sehen. Hier, alle Häuser sind weg. Was soll das heiß? Ich halte mich hier zu lange auf, das ist alles schwarz. So, wir fahren die Route weiter. Wir fahren die Route weiter, da steht ein Haus. In dem Fall nur nicht, ne? So, fahren wir ein bisschen weiter. So, oh, noch mehr weg. Gut. Wir fahren hier lang, ne? Die Straße entlang. So, ach ja, hier ist noch eine Straße, ne? Und dann? Dann geht's noch mal so ein paar Tage. Ich fliege mich auf, das ist ein supergeil. Ich fliege mich auf, das ist ein Schiff. Ah! Ah!